Äh, Funkwanzen. Funkwanzen? Wozu Funkwanzen? Na, willst du mitmischen im Privatermittlergeschäft, oder nein? Du musst das große Ganze sehen, Frani, was wir brauchen, ist eine wirklich gute Espressomaschine, nicht dieser ganze Kleinscheiß. Einen guten Namen braucht man halt noch. Was sagst du, Asfra? Asfra? Was? Na, Angelika Schnell und Franicek, abgekürzt. Ah. Was? Na ja, das ist eigentlich ein bisschen... Ja, ich weiß ja. Ich hasse Papageien wirklich. Ich auch. Echt? Privateermittler brauchen eine wirklich gute und zuverlässige Quelle bei der Polizei. Ich versteh nicht, warum versöhnen sie euch nicht? Ihr wisst doch inzwischen, wenn ich das hier schaff. Ja, ich weiß es. Du hast nichts angerufen. Ja. Da bin ich einfach vorbeigeschacht. Ja, das ist... Ich weiß es nicht. Ja. 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 Ja.